Hallo zusammen, in der Nacht von Sonntag auf Montag ist Bitcoin von knapp 45.000 US-Dollar auf 42.000 Dollar gefallen und hat damit ganze 6% korrigiert und das ist jetzt die erste größere Korrektur nach immerhin mehr als 8 Wochen nur grüne Kerzen am Stück. Und der restliche Kryptomarkt ist Bitcoin wie immer gefolgt, zum Beispiel Ethereum hat um ca. 5% korrigiert auf 2.200 US-Dollar und Solana um etwas mehr als 6% auf 68 Dollar. Und ich hatte mich jetzt gerade so schön an dieses Up-Only-Gefühl gewöhnt und ist die Rallye jetzt etwa schon vorbei oder ist das nur eine kleinere Korrektur auf dem Weg nach oben? Ja, wieso ist Bitcoin denn eigentlich gefallen? Und dazu habe ich erstmal nichts wirklich Substantielles gefunden, also fundamental hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Es gibt keine neuen ETF-News oder ähnliches und das wäre auch irgendwie ungewöhnlich, wenn die SEC jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag irgendwas beschließen würde und es dann direkt verkünden würde. So quasi im Nachthemd mit der Schlafmütze auf und ein möglicher Grund, das sind tatsächlich die drei letzten Zinsentscheidungen diesen Jahres der Notenbanken, die finden diese Woche statt. Da wären natürlich allen voran die FED am Mittwoch, dann die EZB und die Bank of England kommen dann am Donnerstag raus und immerhin versuchen sie gerade ja zu verhindern, dass er merkt, irgendwelche möglichen Zinssenkungen, die in 2024 kommen könnten, jetzt schon einpreist. Also das sieht man zur Zeit ganz schön am Anleihenmarkt, wo die Kurse der Anleihen ja jetzt schon steigen, obwohl ja noch gar keine realen Zinssenkungen passiert sind. Da wird die FED sicherlich ein bisschen gegensteuern wollen, aber ob es da wirklich jetzt zu Zinserhöhungen kommen wird, das bezweifle ich eher. Und ich glaube jetzt eher, dass die FED das irgendwie versucht, sie immer so über das Wording zu steuern, also das Interview, das Jerome Powell gibt, was er dann sagt und wie er es sagt und die Kaffeesatzleserei, die danach immer kommt. Ich denke mal, dass viel wichtiger war, dass wir jetzt die psychologische Marke von 45.000 US-Dollar bei Bitcoin erreicht haben und glatte Zahlen, das sind ja häufig auch so eine Art von Widerstand oder eine Unterstützung für den Kurs. Und das war ja auch, ehrlich gesagt, mein eigenes Preistarget für den Bitcoin, also die 45.000 US-Dollar. Und die haben wir jetzt auch nicht wirklich gerissen, sondern eigentlich nur berührt. Und möglicherweise war das auch bei vielen anderen eine wichtige Marke und der Markt wurde einfach darauf basierend ein bisschen manipuliert vielleicht. Und von einem Exchange, wer weiß, keine Ahnung, 45.000 psychologische Marke ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Jedenfalls ist die Gesamtsituation nach wie vor bullisch, zumindest solange wie die ETF-Situation noch unverändert bleibt und sich an der Front nichts Substantielles tut. Und auf der anderen Seite ist der Markt aufgrund der ganzen Euphorie und der noch immer vergleichsweise niedrigen Liquidität ja auch sehr, sehr leicht zu manipulieren. Es ist also schon ratsam, auch ein bisschen die nächste Zeit, sagen wir mal, nach unten zu planen. Und ich sehe das also eher als eine vorübergehende Korrektur an, aber man weiß ja nie. Und vor allem kann es ja problemlos noch weiter runtergehen, auch wenn ich glaube, dass das jetzt nicht wirklich eine Änderung des generellen Trends ist. Und die Frage ist jetzt, was mache ich mit meiner Bitcoin-Long-Position bei Curve? Da schaue ich bei solchen Korrekturen gerne schon mal nach, wie weit meine Position eigentlich noch von der Liquidierung entfernt ist und ob ich noch was anpassen muss. Und jetzt würde ich gerne einfach mal so zeigen, wie gehe ich da ungefähr vor? Also wenn ich erstmal geklärt habe, dass nichts Fundamentales vorliegt, also in diesem Fall jetzt keine ETF-News, aber sonst manchmal irgendwelche Makro-News oder auch Bugs oder Forks oder ähnliches. Also wenn das einfach nur, sagen wir mal, eine technische Korrektur ist, dann werfe ich gerne mal einen Blick in die Charts. Und mir ist jetzt erstmal ganz wichtig, dass ich keine technische Analyse mache, sondern das ist einfach nur mal so eine Idee, um quasi die Temperatur zu messen oder ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Und das Problem ist ja, wenn man jetzt sein Risiko managt, dass man auch schon irgendwie über Preis-Levels nachdenken muss. Und da habe ich früher immer ein bisschen nach Gefühl gearbeitet und ich denke, das ist auch irgendwie okay so, vor allem wenn man den Markt schon ziemlich lange kennt. Aber besser ist es natürlich, wenn man eine Methode hat, die man quasi anwenden kann, egal wie das Bauchgefühl so ist. Und ich gehe da jetzt ungefähr so vor, dass ich, also und das hat jetzt keinen Anspruch darauf, dass das immer funktioniert oder dass es sogar besser klappt als eine richtige TA, technische Analyse. Es ist einfach nur die Art, wie ich mir Sicherheit verschaffe, wenn ich mein Risiko einschätze bei einer Position. Also ich öffne jetzt erstmal den Chart und hole mir die Ansicht mit den Tageskerzen. Und bei TradingView ist das hier oben und da muss ich dann das D einstellen und dann zoome ich mir das Ganze erstmal schön zurecht, dass man auch wirklich was sehen kann. Aktuell interessiert mich der Uptrend, der ging ja im Oktober ungefähr los. Also bastle ich die Ansicht jetzt mal so, dass der Zeitraum einigermaßen in den Chart reinpasst und dass man auch irgendwie was erkennen kann. Also dass die Kerzen nicht oben rauslaufen oder unten irgendwie abgeschnitten werden und ähnliches. Und dann suche ich mir die möglichen Support-Linien. Das sind einfach nur ehemalige Widerstandslinien, also Preise, bei denen Bitcoin auf dem Weg nach oben häufig hintereinander immer wieder runtergegangen ist, weil der vorherige Widerstand wird ja später dann zum neuen Support. Und hier ist das sehr, sehr klar. Erstmal die 38.000 US-Dollar, weil hier sieht man, wie der Preis von der 38.000 sehr, sehr oft abgeprallt ist und wie es dann immer wieder runterging. Und dann hat es irgendwann auf einmal geklappt und wir sind direkt in ein paar Tagen auf das aktuelle Niveau geklettert. Und der nächste Support, der liegt dann bei 35.000 bis 36.000 US-Dollar. Es geht hier auch nicht um eine exakte Zahl. Und wenn es also runtergeht, haben wir eine gute Chance, dass es erstmal nur bis auf die 38.000 fällt. Und wenn das dann nicht klappt, dass dann also bei 35.000 irgendwie ein Stopp ist. Und das sind also jetzt meine zwei Support-Linien und dann sorge ich dafür, dass meine Position auf jeden Fall erst liquidiert wird, wenn beide Linien gerissen werden. Also muss mein Liquidierungspreis deutlich unter der 35.000 US-Dollar liegen. Und der nächste Support wäre dann hier bei 27.000 US-Dollar. Und das ist mir dann ehrlich gesagt doch ein bisschen zu weit weg und zu weit unten. Und immerhin gehe ich ja jetzt erstmal nur von einer Korrektur aus und nicht von einer Trendumkehr. Und der ETF, der ist ja auch noch im Spiel. Und meine Position habe ich sowieso bei 35.000 US-Dollar damals eröffnet. Und das muss ich jetzt also so noch nicht einplanen, dass der Kurs irgendwie da runterfällt. Das kann ich ja dann später machen, wenn sich das Ganze weiterentwickelt. Und dann hole ich mir noch zwei Moving Averages dazu. Das sind Trendindikatoren, die im Grunde einfach nur jeden Tag den Preisdurchschnitt über einen bestimmten Zeitabschnitt ausrechnen und jeden Tag dann in eine Kurve einzeichnen. Und da kommt also dann jeden Tag quasi ein neuer Wert hinzu auf der rechten Seite. Da fällt dann auf der linken Seite ein älterer Wert raus. Und da gibt es verschiedene Varianten. Der einfache, also der Simple Moving Average, der SMA, hat mir bisher ehrlich gesagt noch nicht so viel geholfen. Daher verwende ich meistens den Exponential Moving Average, den EMA, der gewichtet die neueren Werte etwas höher als die älteren. Ich nehme da immer den EMA 50, also die Werte der letzten 50 Tage. Und da sieht man, dass der 50er EMA irgendwo in der Region meiner ersten Supportlinie liegt. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir also nicht durch diese Trendlinie durch sind. Und als zweiten Indikator nehme ich dann noch den 200er EMA dazu. Der ist eher langfristig unterwegs. Der EMA 50 ist nicht ganz so langfristig. Das sind also die letzten 200 Tage, der Durchschnitt der letzten 200 Tage. Und das mache ich nur, weil ich jetzt einen neuen Liquidationspreis suche. Denn der ist der 27.000er Preis. Der ist mir ein bisschen zu weit weg. Und die Idee ist jetzt einfach, dass der aktuelle Trend ja über diesem Low liegen muss. Dass also vielleicht auch ein Support da sein könnte. Und da wäre ich dann jetzt hier bei 31.000 Dollar ungefähr. Und da würde ich jetzt meinen Liquidationspreis ungefähr sehen. Zumindest vorläufig. Und eventuell würde ich eh aussteigen aus der Position, wenn jetzt die 35.000 konkret in Sicht kommt. Also das ist jetzt wirklich keine echte technische Analyse, was ich hier mache. Und es geht einfach nur darum, mal so ein etwas klares Bild zu bekommen. Und ich mache wirklich im Grunde immer genau das. Also super simpel. Sicher geht das auch irgendwie besser. Aber für mich passt das jetzt erstmal so. Und wenn ihr das anders macht, schreibt es mir doch mal einfach unten in die Kommentare. Und jetzt checke ich mal meine Position bei Curve. Und mein aktueller Liquidierungspreis liegt sogar bei 30.000 US-Dollar. Also falls euch die Position bei Curve interessiert, das ist jetzt eine sehr, sehr günstige Variante, Long Bitcoin zu gehen. Und die eignet sich sehr gut, wenn man jetzt lange in der Position drin bleiben möchte. Und dazu habe ich ein Video gemacht, wo ich erkläre, warum ich das jetzt bei Curve mache und nicht zum Beispiel bei GMX. Und es gibt auch noch ein Tutorial dazu von mir. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Oder am Ende des Videos könnt ihr das dann auch aufmachen. Ich werde das da irgendwie einblenden. Und ich habe also jetzt sogar noch Luft, die Position zu vergrößern. Muss mir erstmal also keine richtigen Sorgen machen. Und das ist der Vorteil, dass ich mir die Position damals so konservativ eingestellt habe. Aber sobald es jetzt wieder aufwärts geht, würde ich auf jeden Fall das Risiko von hier aus wieder erhöhen und den Hebel ein bisschen hochstellen. Und wenn ich hier aber zum Beispiel einen Liquidierungspreis von 32.000 US-Dollar stehen hätte, dann würde ich jetzt auf jeden Fall das Risiko verringern, indem ich zum Beispiel einen Teil des Darlehens vorläufig zurückzahlen würde, würde ich mir dann später wiederholen. Und ganz generell ist für mich ja sowieso das Problem mit der Curve-Position, dass ich hier keinen richtigen Stop-Loss auf einfache Art setzen kann. Ich bin da ziemlich unflexibel, kann auch keinen Take-Profit setzen und ähnliches. Und ich habe die Position ja gewählt, weil die Finanzierungskosten hier super niedrig sind und ich ja auch schon wochenlang in dieser Position drin bin. Aber so langsam wird es jetzt auch mal Zeit, das Tool zu wechseln, weil je näher die ETF-Deadline heranrückt, also Anfang Januar, desto wichtiger ist es, flexibel zu sein mit der Position und ich werde daher bald eine andere Plattform einsetzen und die Vorgehensweise ein bisschen ändern. Und ich bin deshalb jetzt aber auch ein bisschen froh, dass wir etwas korrigiert haben, weil das Risiko jetzt wahrscheinlich erstmal wieder raus ist, zumindest wenn jetzt die Korrektur vorbei ist. und so kann ich dann bei Curve hier noch ein bisschen drinbleiben und muss jetzt auch nicht ganz so schnell wechseln. Und jetzt warte ich erstmal gemütlich ab, wie das Ganze so weitergeht und setze dann gegebenenfalls den Hebel wieder hoch, wenn wir da durch sind. Und dann mache ich natürlich auch ein neues Video zu der ganzen Sache und bis dahin erstmal viel Erfolg, alles Gute, Tschüss!